Heute Abend startet sie mal wieder, die beste zweite Liga aller Zeiten, zumindest was die Besetzung der Teams angeht, wird es gefühlt immer attraktiver, aber es wird auch auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein, weil es jetzt nicht den klaren Favoriten auf den Aufstieg gibt. Klar, es gibt mehrere, aber keiner sticht da so wirklich heraus, aber mehr dazu dann gleich in meiner Prognose. Wir starten aber wie gewohnt von hinten nach vorne und zwar auf Platz 18, dementsprechend einem direkten Abstiegsplatz, den bei mir Jan Regensbult belegt. Letzte Saison hat man es kurioserweise geschafft, nach einer Hinrunde auf Platz 1 in der dritten Liga und einer Rückrunde wie ein Absteiger dennoch die Relegation gegen Wiesbaden für sich zu entscheiden und somit direkt in die zweite Liga zurückzukehren. Man hat kaum wichtige Abgänge zu vermelden, dafür mit Konrad Faber, aber mit den wichtigsten Spielern verloren. Die meisten Neuzugänge machen Sinn mit Ernst, Pröger, Kühlwetter, Ochoski und der Festverpflichtung von Bräunig und heben das Niveau etwas an. Sie werden wahrscheinlich eine gute Defensive nach Zahlen stellen, dennoch fehlt mir im hinteren Mannschaftsteil im Vergleich zu anderen Teams die nötige Qualität. Trainer Joe Ennux wird sein Bestes geben, aber am Ende reicht es meiner Ansicht nach einfach nicht. Ebenso nicht reichen wird es dem SV Elversberg. Nach dem für mich erwartbar souveränen Klassenerhalt vergangener Saison sieht es jetzt schon düsterer aus. Mit Rochelt und Wanner haben sie zwei Unterschiedsspieler verlassen und auf der Zugangsseite steht kaum Nennenswertes. Der dienstälteste Trainer der Liga, Horst Steffen, wird natürlich trotzdem das Maximum aus dem Kader herausholen, aber sofern da nicht noch viel passiert, sind einfach irgendwann qualitative Grenzen erreicht. Auf dem Relegationsplatz 16 sehe ich dann Preußen Münster. Mit Hildmann hat man einen langjährigen Trainer, der den Verein aus der Regionalliga per direktem Durchmarsch letzte Saison durch eine starke Rückrunde mit der besten Offensive in die zweite Liga geführt hat. Der Kader hat den niedrigsten Gesamtmarktwert aller Zweitligisten, wurde aber dennoch punktuell mit der nötigen Erfahrung aus Liga 2 verstärkt mit Hendricks, Magridis, Mees, Amenido und Kirchiskow. Auch die Verpflichtung von Pettov von Verl als starken Drittligaspieler macht durchaus Sinn, während auf der Abgangsseite nur das Karriereende von Torhüter Schulze-Nius und der Abgang von Joker-Wegkamp relevant ist, aber jeweils gut aufgefangen wurde. Der Kader hat eine gute Altersstruktur, aber auch hier wird es qualitativ schwierig, mit den besseren Teams mitzuhalten. Auf Platz 15 kommt bei mir dann schon so eine kleine Überraschung mit der Spielvereinigung Fürth. Fürth ist für mich wieder mal eine ziemliche Wundertüte, also man weiß nicht so wirklich, was man erwarten kann bzw. was man bekommt. Ich persönlich sehe aber eher eine schwächere Saison bei ihnen. Mit Sieb, Urbic, Lemperle und Wagner haben sie vier junge Leistungsträger verlassen, die so qualitativ nicht ersetzt wurden. Futkoi, Massimo und Mustafa könnten als Neuzugänge offensiv helfen und man hat grundsätzlich ein stabiles Grundgerüst mit Rygota und Green als erfahrene Kräfte, weshalb man nicht absteigen wird. Dennoch sehe ich nach der schwachen Rückrunde letzte Saison einen Platz im unteren Tabellentrittel als realistisch an. Auf Platz 14 habe ich dann, eher weniger überraschend, den 1. FC Magdeburg. Nach einer schwachen Vorsaison knapp über dem Strich hat man zahlreiche Stammspieler verloren mit Belbel, Schula, Condé und El Fadli. Auf der Zugangsseite hat man sich vor allem mit Spielern aus kleineren Ligen verstärkt, bei denen erstmal ungewiss ist, inwiefern sie im deutschen Fußball funktionieren werden. Mit Mathiesen hingegen hat man einen der besten Innenverteidiger der vergangenen Saison von Wiesbaden verpflichtet. Insgesamt erwarte ich eine ähnliche Saison wie letztes Jahr, weil mittlerweile auch so ein bisschen die nötige Spielstärke für die Spielweise von Trainer Titz abhandeln gekommen ist, beziehungsweise die nötige Qualität. Man hat schon darauf geachtet, Spieler zu holen, die spielstreich sind, aber ob sie es auch auf Zweitliganiveau zeigen können, wird sich erst noch zeigen müssen. Ich persönlich glaube schon, aber dann halt eher in der Tabellenregion um Platz 14, vielleicht noch ein, zwei Plätze höher. Wir gehen so langsam ins sichere Tabellenmittelfeld über und auf Platz 13 kommt tatsächlich der SSV Ulm. Bei Ulm tue ich mich extrem schwer. Normalerweise kannst du mit diesem Kader nicht in der zweiten Liga bestehen, vor allem da sie ihr einziger Unterschiedsspieler mit Leo Schienza verlassen hat. Dennoch glaube ich, dass Thomas Wörle, der ein großes Trainertalent ist, nach dem erfolgten Durchmarsch aus der Regionalliga wieder mal ein funktionierendes Konstrukt und eine taktische Einheit formen wird, die souverän die Klasse halten kann. Auch ihr Spielstil, schaut auch gerne mal noch bei meiner Analyse zu ihnen vorbei, wird keine allzu große Anpassung benötigen und von den vielen jungen Neuzugängen wie Grattenmacher, Ulrich, Keller oder Telalovic könnte potenziell durchaus einer explodieren. Auf der 12 kommt dann tatsächlich schon der erste Absteiger mit dem SV Darmstadt. Der Kader ist einfach Zweitliga-Durchschnitt, obwohl man ein Absteiger ist und nicht allzu viele Abgänge zu verkraften hat. Klara, Honsak, Skareke sind weg und Melem ist mittlerweile auch zu Hull City gewechselt. Okay, das sind schon schmerzhafte Abgänge und die Neuzugänge sind gute Spieler aus Liga 3 und 2 mit Maaseiler, Will, Lakenmacher, Kleefisch und Vukotic, aber nichts, was sie jetzt wirklich verbessert. Nach einem Abstieg mit so wenigen Punkten kamen zuletzt einige Vereine in eine schwierige Dynamik und das kann ich mir auch bei Darmstadt vorstellen, obwohl sie den Kader schon frühzeitig zusammengestellt hatten. Einen Platz höher kommt bei mir Eintracht Braunschweig. Kann Scherning seinen Punkteschnitt von 1,5 seitdem er im Amt ist aufrechterhalten, wird man eine sorgenlose Saison spielen und genau das traue ich ihnen auch zu. Man hat zwar mit Hoffmann und Kurucai wichtige Abgänge zu verkraften und generell viele Spieler aus der zweiten Reihe abgegeben, aber auch gut nachgelegt mit Köhler, Ulchik, Grill im Tor, Belbel oder Conté. In der Innenverteidigung fehlt mir noch ein Neuzugang, aber ansonsten hat man da einen perfekt zur Spielidee von Scherning passenden Kader zusammengebastelt, aus dem man daher mehr wie aus der Summe seiner Teile rausholen kann. Auf Platz 10 folgt der 1. FC Kaiserslautern. Was die Trainerpersonalie angeht, sehe ich Maikos Anfang nicht mehr ganz so kritisch wie bei der Bekanntgabe. Seine Spielidee könnte ganz gut zum Kader passen, welchen ich grundsätzlich als besser erachte wie die erbrachten Leistungen letzte Saison. Gerade spielerisch steckt da viel drin und man hat sich nun sogar noch weiter verbessert. Nihus hat man zwar verloren, dafür aber mit Mause, Jamara, Wekeser, Hoyer und Kleinhansl zusätzliche Qualität dazubekommen. Auch auf Regionalliga-Neuzugang Lukasierch muss man ein Auge haben. Sie werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben und könnten potenziell auch überraschen. In der Mitte auf Platz 9 folgt der SC Paderborn. Tatsächlich bin ich ab hier an einem Punkt, bei dem ich jedem Team zutraue, um den Aufstieg mitzuspielen. Paderborn hat zwar wichtige Abgänge zu verkraften mit Conté, Hoyer, Leipatz oder Kleefisch, die Trainer Quasniok mit einem talentierten Kader wieder mal verkraften wird. Neben der Rückkehr von Torjäger Michel hat man sich spannende Spieler wie Luca Herrmann, Mika Bauer oder Felix Götze hinzugeholt. Wie gesagt traue ich ihnen einiges nach oben hinzu, aber sehe die anderen Teams über ihnen halt trotzdem leicht besser. Das ist dann zum Beispiel der 1. FC Nürnberg. Der Kader wurde mit den gegebenen Möglichkeiten nach dem Usun-Abgang perfekt zusammengestellt. Robin Knoche wird das beste Innenverteidiger-Duo der Liga mit Finn Jelsch bilden, schaut auch gerne mal meine Analyse dazu an. Jander wird seinen Marktwert extrem steigern und auch Danilo Soares, Pick, Zimas und Sevcik sind starke Neuzugänge. Bezüglich der Trainerbesetzung mit Miro Klose bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, aber die Vorbereitung stimmt mich doch recht positiv. Da konnte man einen simplen, aber effektiven Fußball mit einem starken Umschaltspiel sehen. Kann man das auf den Liga-Alltag mit der Kaderqualität projizieren, kann man definitiv in der oberen Tabellenhälfte landen. Auf Platz 7 gehen wir zu den Freunden von Nürnberg und zwar dem FC Schalke 04. Schalke hat sich nach der gerade vergangenen Katastrophensaison gut aufgestellt. Es wurde sowohl Zweitliga-Erfahrung mit Donkor, Bachmann und Hoffmann geholt, als auch viel Potenzial mit Sanchez, Heulund und Wasinski. Süller wird ihm hier und jetzt alles zerschießen und auch Armin Younes kann eine Verstärkung sein, wenn er Bock hat. Ich sehe Schalke also perfekt aufgestellt, aber nicht um sofort aufzusteigen, sondern erst einmal eine stabile Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz, vielleicht in Reichweite der Aufstiegsplätze zu spielen und dann die Saison darauf basierend auf dem kreierten Fundament voll anzugreifen. Auf Platz 6 kommt bei mir der Vorjahres-Dritte mit Fortuna Düsseldorf. Die beiden wohl wichtigsten Spieler aus dem Vorjahr mit dem knapp verpassten Aufstieg sind weg in Person von Jollis und Engelhardt. Beide konnte man so nicht direkt ersetzen, aber man hat ein gutes Fundament an anderen Schlüsselspielern, zudem nur neue interessante Leihspieler mit Pejinovic und dem Bamba hinzustoßen. Mit Younes hat man einen guten Trainer, der aber häufig etwas eindimensional spielen lässt und nicht mehr auf die ganz hohe Qualität wie im Vorjahr zurückgreifen kann. Daher sehe ich sie definitiv schwächer und eher im Bereich hinter den Aufstiegsplätzen, wenn man den Kader nicht noch wie letzte Saison spät im Transferfenster verstärken kann, was ich jetzt natürlich noch nicht vorhersehen kann. Auf der 5 steht bei mir tatsächlich der Karlsruher SC. Nach den Abgängen zahlreicher erfahrener Spieler wie Stindl, Gondorf, Treves oder Brosinski wird man wohl wieder erstmal eine schwächere Hinrunde und eine stärkere Rückrunde spielen, da man auch einen sehr jungen, talentierten Kader hat, bei dem sich viele Spieler mit den Spielen weiterentwickeln werden. Da bin ich mir bei einem Top-Trainer wie Eichner sehr sicher und traue ihnen trotzdem Verlust von Nebel und Matanovic wieder eine starke Saison zu. Gerade die ablösefreie Verpflichtung von Robin Häuser hat mich sehr überrascht, ihm hätte ich locker die erste Liga zugetraut und mit Wanicek kann man da eine der besten Mittelfeldreihen der Liga aufstellen und so für Furore sorgen. Auch hier gibt es einen Übergang zwischen zwei Teams, die eine Fanfreundschaft haben und zwar folgt natürlich jetzt Hertha BSC. Die Hertha konnte den Kader gut zusammenhalten und nochmal punktuell verstärken, vor allem im Zentrum mit Kisans, Demme und Sessa, wobei letzterer leider immer dauerverletzt ist, weshalb ich die Verpflichtung nicht ganz nachvollziehen konnte. Rein vom Spielermaterial ist das ein Top-3-Kader. Ich fand den Schritt gut, sich von Dardai zu trennen, verstehe aber die Einstellung von Fjell als Trainer nicht ganz. In den Testspielern fehlte mir da so ein bisschen die Direktheit und wenn, dann gab es schlechte lange Bälle. Sein Spielstil hat zwar das Potenzial, attraktiv zu sein und wird mit den spielstärkeren Spielern auch besser funktionieren wie letzte Saison bei Nürnberg, aber häufig hält er zu stur an seiner Spielweise fest, was dann ähnlich wie bei Walter beim HSV zu unnötigen Niederlagen gegen kleinere Gegner führen kann, wodurch man keine Konstanz aufbauen kann. Daher wird es knapp nicht zum Aufstieg reichen, obwohl der Kader ziemlich gut zusammengestellt wurde. Auf Platz 3, dementsprechend der Relegation, bin ich dann tatsächlich schon beim 1. FC Köln. Transfertechnisch war man natürlich limitiert durch die Transfersperre. Dass das durch den Verbleib vieler Leistungsträger trotzdem der beste und wertvollste Kader der Liga ist, ist klar. Dennoch sehe ich ihn den anderen Teams nicht meilenweit enteilt, da die Spieler nur bedingt Erstliganiveau hatten und unter Baumgart häufig noch überperformt haben. Bei Köln habe ich ein bisschen Bedenken bezüglich der Trainerbesetzung. Struber ist zwar kein schlechter Trainer, aber auch vergangene Saison hat er es mit dem mit Abstand besten Kader der österreichischen Liga nicht geschafft, Meister zu werden. Man wird dementsprechend im Aufstiegskampf mitmischen, aber ich sehe Köln nicht unbedingt die Liga komplett dominieren. Da bin ich mittlerweile auch etwas vorsichtig mit den Absteigern, nachdem ich die vergangenen beiden Jahre Bielefeld und Schalke als Zweitligameister getippt habe. Der erste direkte Aufsteiger auf Platz 2 ist bei mir tatsächlich, ja er bleibt noch übrig, der Hamburger SV. Normalerweise sind sie ja bei jeglichen Zweitligaprognosen in den vergangenen Jahren Erster oder Zweiter geworden, bei mir wiederum meistens nicht. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet, viele sehen sie nicht mehr ganz oben. Ich gehe jetzt dazu über zu sagen, sie steigen auf. Der Kader ist wie immer top besetzt, auch wenn sie mit Benisch ihr bester Spieler der Vorsaison verlassen hat. Hinzu kamen Selke, Elfadli und Karabetz, den ich tatsächlich mal für St. Pauli für die erste Liga vorgeschlagen hatte. Und Steffen Baumgart ist schon einmal mit Paderborn aufgestiegen, wieso dann nicht auch mit diesem HSV-Kader. Seine erste Halbserie war jetzt nicht überzeugend und sein Fußball ist weniger attraktiv wie unter Walter, aber ich glaube daran, dass er den HSV mit einer vollen Vorbereitung unter seiner Leitung in die Bundesliga führen kann. Kommen wir also zum letzten verbliebenen Verein und dementsprechend auch zum Zweitligameister, wenn es nach meiner Prognose gehen würde und das ist tatsächlich Hannover 96. Ich fand es extrem schwierig, mich auf einen Meister festzulegen, da ich die Top 4 extrem eng zusammen sehe, also Hannover, Hamburg, Köln und Hertha. Letztendlich habe ich mich aber für Hannover entschieden, da sie im Vergleich zu den anderen einfach die größte Konstanz haben. Leitl geht jetzt in seine dritte Saison als Trainer, aber auch der Kader ist größtenteils eingespielt. Die Offensive ist weniger ausrechenbar mit den Neuzugängen Gangkamm und vor allem Rochelt von Elversberg. Letztes Jahr hat man häufig underperformed und viele Chancen vergeben. Gerade Top-Talent Resoldi traue ich nun den absoluten Durchbruch im Sturmzentrum zu mit mehr als 20 Scorern. Völlig losgelöst von Martin Kind wird man passend zu dessen endlich erfolgten Abgang in die erste Bundesliga zurückkehren. Das also soweit meine Zweitliga-Prognose für die Saison 24-25, die jetzt erfolgen wird. Jetzt würde mich aber vor allem noch eure Prognose interessieren. Welche Team seht ihr vorne, welche hinten? Schreibt mir gerne auch die volle Tabelle, wie ihr sie tippen würdet, in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!